Guck, wir gehen jetzt schon mal da runter. Oha! Wie wer aufsteht denn hier? Wollen wir noch mal runter gehen oder was? Ja. Oder wir gehen noch mal rein. Und zwar... Hast du ja hier auch noch den Arzt und so. Naja. Wir machen alles. Was nur? Komm mal raus und halt dich rechts. Komm mal raus und halt dich rechts. Also gleich hinter den Gebäuden. Geht's auch. Herr und? Ja. Oho! Ich hab ja verstanden. Du bist hier drin! Ich will auch mit rein. Warte, ich geh in die andere Tonne! Was? Wieso komm ich nicht in die Tonne rein? Was? Wieso komm ich nicht in die Tonne rein? Oho! Oho! Ich geh runter da! Jetzt geh mal runter. Wer ist hier auch noch im Schrank? Das Opener ist ja. Wir gehen erst mal... Hier der komische andere Typ, der hat doch schon immer was für uns. Ich komme hier nicht mehr ein. Oh. Ich will nicht laufen. Oh, Mann. Wenn du da nebenher bist, kannst du ihn sehen, ob du ihn findest? Ja, klar. Aha. Sein Name ist William. Er ist ca. 6'1", schwarze Haare, gut looking. Er ist ein Concierge. Er ist ein Freund namens Doyle, der in der Diamond District Bungalows arbeitet. Ich denke, vielleicht ist er da draußen. Und dann nehmen wir noch... Hier. Es ist in Bungalows 6, in der Silver-Sektion. Mein Vater hat es mir gegeben. Es bedeutet viel zu mir. Ich zeige dir einen Reward. Kannst du mir helfen? Ja, wir nehmen alles. So, da habe ich jetzt eigentlich alles hier angenommen. Ich habe einen Lappen gefunden. Ich weiß mal, noch mal so, wo wir sagen. die Mission, die... Man kann ja drauf gucken, auf diese... Und bei der Quest... Und bei der Quest klopfen am Himmelsdür... Sind noch die Arme grau unterliegt. Und das ist das fertig. Ob das schon geschafft? Oder was das ja auch gemacht? Na, eigentlich habe ich, glaube ich, alles schon gemacht. Ja, nein. Ist ja alles schon weiß. Ja, da hätte man doch immer noch mit den Kunden reden müssen. Ja. Rede du? Sag mal, hast du eine Essenskonserve da? Hm. Ich habe Autosatzeile, Batterie, Draht, Elektroschrott, Fahrzeug, Feuerzeug, Fleisch, flexibler Schlauch, große Batterie, große Nagel. Klebeband, Klebe, Klinge, Lacken, Metallschrott, Nägel, Rundmutter, Schmerzabletten, Seife, Verbände, Stahlruhe, Zahnwetter, Wasser. Wieso hast du Verbände? Keine Ahnung, ich habe sie. Ist egal. Warte mal, Quest. Du kannst keine Nebenquests verfolgen, wenn du Hauptquests im Koal-Ati-Monus spielst. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Also wir müssen jetzt erstmal durch die Bars gucken gehen und bringen, müssen wir drei Essenskonserven suchen. Okay. Jetzt müssen wir hier wieder runter. Na dann. Ich bin schon hier. Und den Energietrink. Da unten haben wir das schon mal ne Brau. Hehehehe. Hehehehe. 11 Dollar. Das ist doch Wahnsinn. Und erinnern sie dringend. Und ein Snack. Kein Entrück dringend. Hier, nicht irgendwas. Da drüben Fristee. Ja, ja, ja. Einfach mal was mit dir fertig, ja. Ich war gut. Ich hab ihn. Wohl. Ich bin ein Schw Page mit mir in den Blumen. Nicht nur die Menschen. Ich bin ein Schwartz für einspiel. Ich bin immer wieder. Ich bin ein Schloss für sealed. Da kommen die Zahn. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Naja ja ja sieht gut aus mach doch mal jetzt OG'n tot, ja Stresstot Stresstot Guck mal hier irgendwo ist noch was abschlungen Ach, guck mal hier irgendwo ist noch was abschlungen Ach, komm ich nicht durch Ach, komm ich nicht durch Oh, ein Koffer Wo ist denn hin? Hier ist ne Schwerterne Hier steht noch ne Schaufel rostig Guck Guck Sonst ist der Schluss Ja Guck Guck Wie geht denn hier Guck 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 um zwischen schweigen die ja Prozent wir sagen wird was auch in der Prozent ich habe mich jetzt auch so gut Ja! Schlag! Schlag! Böde Kuh! Ich fahre unbedingt eine Energie-Drink. Okay. Nichts ist oder da? Na, außer ist er nicht. Nein, nein. Guck mal hier bei mir auf den Türchen. Wo ich stehe. Drausen. Ich kann mal. Ja, und hier drüben war er. Oh, da. Mit. Sieht mir nix. Wasser. Mitnehmen. Hab ich. Gut. Und weiter gucken. Na, ich guck mal hier drin. Hier ist eine Konserve. Oh, da bin ich nicht. Wirklich. Let's see what we got. Eine Klinge. Ah, da bist du. So. Low Low. Mhm. Küchelig. Ich glaube, dass ich noch mal die Waffen wechseln kann, hey. Vielen Dank.